Wir haben natürlich herausfordernde Zeiten. Ich bin da komplett bei Ihnen. Energieeffizienz, steigende Nebenkosten und medientechnisch jeden Tag neue Informationen, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Aber ich habe die Lösung für Sie. Ein Niedrig-Energie-Haus. Jetzt müsste nur noch die Lage passen. Und konnten Sie schon einen guten Überblick über Ihr neues Zuhause in Magdeburg-Lemsdorf verschaffen? Und Sie wollen zukunftsgewandt natürlich nicht nur energieeffizient wohnen, sondern natürlich auch am besten barrierefrei. 2008 erbaut mit 127 Quadratmetern Wohnflächen und vier Wohnschlafräumen wartet Ihr neues Zuhause auf Sie. Aber was sind eigentlich die Vorteile von Erdwärme? Weniger als 100 Euro Nebenkosten im Monat? Brauchen Sie glauben, oder? Aber mit Erdwärmen und Tiefenbohren ist es wirklich machbar. Wir haben die Energieeffizienz, die deutlich besser ist als bei anderen vergleichbaren Häusern. Sie haben einen besseren Wohnkomfort durch die gleichmäßige Wärmeverteilung, die Wertbeständigkeit, die hohen Anschaffungskosten, die Sie hier natürlich nicht haben, und vor allen Dingen, das Ganze ist unglaublich umweltfreundlich. Ich denke, die Vorteile der Energieeffizienz und die des Wohnens in einem barrierefreien Bungalow haben wir Ihnen ausreichend erläutert. Doch was sind eigentlich die weiteren Vorurteile dieses Hauses? Fußbodenheizung, intelligente Raumplanung, viel Lichteinfall und vor allen Dingen auch ein sich geschütztes Grundstück. Ihnen hat die Mobilität gefallen? Lassen Sie gerne ein Like da und kontaktieren Sie mich. Ihr Sokros Makler, Syren Beckers.